ach mensch ja ja ich muss da ein bisschen mehr aufpassen moin moin liebe zocker freunde ich muss mir noch mal entschuldigen beim letzten video ist mir leider mit einem video die die tonspur abgekackt aber dass das diesmal nicht passiert wir machen ja gleicher stelle weiter ich will hier eigentlich gar nicht rein jetzt weil so viele punkte haben wir eigentlich nicht oder könnte das ein fehler sein ach nee kommen wir machen erst mal weiter nicht mal 10.000 damit können wir eigentlich ja noch nicht so viel anfangen deswegen werden wir hier weitermachen so so rein hier oh mein gott ach ich fasse es nicht die nutzen wir gleich noch was soll die da im inventar rumliegen nutzen wir gleich mal hier ist noch mal glibber masse wenn ich jetzt auch so was machen okay so mal schauen was für eine scheiße wir jetzt geraten hier hängen bockstack denkst du geht's gut mir gefällt nicht dass sie sie als köder benutzt haben als würde jemand mit uns spielen dem geht es aber auch nicht so gut ist nicht mehr weit woher weiß er das das sind nur zwei die schaffen wir nein das ist keine da haha jaja sehr gut sehr gut joh so so Oh, die wollen ihn jetzt bestimmt. Oh scheiße, die wollen ihn jetzt bestimmt da rein tun. Nein, 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 ich schieße auch noch dran, nee, ich muss früher schießen, viel früher schießen. Oh man, oh man, okay. Da sind sie, ein Hammer. Da ist der zweite, sehr gut. Ja, dann mach was, dass ich da rüber kann. Ich will sie nur mal ganz kurz umgucken, ist hier noch irgendwas? Ne, 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 ich schieße nicht auf, okay. So, rüber hier. Du hättest sie einfach lassen sollen. Was? Was zur Hölle? Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist besser so. Was soll der Scheiß? Ich glaube, Joseph hat aufgegeben. Gib mir Deckung. Gehen wir. Wohin? Ja, natürlich. Ach. Ach nee. Oh, das war gut. Wo kam das her? Was war das? Ich muss mal kurz dem Joseph hier. So. Munition rum. Oh, Junge. Hey, es helfen noch nicht mal mehr Kopfschüsse, oder was? Das ist ne Axt. Nicht wirklich, ne. Was war das denn? Ah, hier schmeißt einer. Ja, super. Was hatte ich eigentlich noch für Bolzen? Oh man, oh man, oh man, ey. Das habe ich gar nicht gesehen, das schmeißt einer von drüben. Den kann man natürlich nutzen, der kann einem natürlich auch gefährlich werden. Gib mir Deckung. Gehen wir. Ich versuch's. Da kam schon die erste Granate geflogen. Wo willst denn du hin? Ach, Mensch. Ja. Boah. Ich muss da ein bisschen besser aufpassen. Scheiße. Ich dachte mir erst so, lass ihn da drüben mal werfen, ne. Der macht ja auch seine, seine Leute tot hier. Ja, vielleicht sollte ich den mal als erstes. Geben mir Deckung. Gehen wir. So, wo ist er? Da. So, der hatte jetzt eine Axt. Sei gut. Ich wollte die Axt jetzt nicht aufholen. Jetzt aber. Äh. So. Jetzt sind wir nicht. was war das für eine josef bist du in ordnung ich ja wie melodramatisch ich ja auf den humpen mir und jetzt nicht im weg rumstehen und ich freue natürlich eine kanade ja somit mit munition wird man ja hier echt überschüttet ja ein schuss also insgesamt war es ja schon sehr sehr erfreulich es ist ehrlich gesagt ein bisschen zu wir sollten weitergehen die wahrscheinlich auch nur so aus 22 patronen gleich auf einmal und haben wir das denn verdient da lag was kriegen wir verdammt viel munition im moment das ist auch sehr bedenklich aber ja vater war ein unnachgiebiger mann stolz und wie ich dachte intelligent aber er war auch froh ein mann des glaubens er hat die kirche stets unterstützt egal was in der zeit umstand er hat jegliche anschuldigungen abgewiesen als wären sie unfehlbar die elenden das ungeziefer die unnachgiebigen diese kirche hat sie alle aufgenommen in den worte erlösung und ewiges leben versprochen sie kann ihnen nichts versprechen was ich ihnen nicht nehmen könnte ja das ist auch gut reicht aber noch nicht küsse da ist nichts drin clever masse ich genieße gerade diese ruhe hier ich genieße gerade mit mit munition überschüttet kann man hier eigentlich auch in die häuser rein wahrscheinlich oder die kann man ich dachte jetzt nicht in der herrn ist das hier gerade eine belohnung oder was herzlichen glückwunsch sie haben bis hierhin durchgehalten jetzt bekommen sie eine menge munition geschenkt so immer andere müssen wir weiter hier ist noch ein haus kommen wir da überhaupt rein nicht so aus hier haben wir gewissen ja ok mal nachladen das ist nachgeladen auch sehr schön ok was denkst du wo wir sind du meinst wohl wann die gebäude hier sehen aus wie im mittelalter ja aber es gibt elektrizität aufzüge dieser ort ist nicht real wie ein wirrwarr aus erinnerung das lange passiert auch gleich was Bluthustet, ey, gut. Hat es sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall? Ich hab mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich hab dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauch meinen Partner. Ich zähle auf dich. So, Kontrollpunkt. Was gefunden? Kartenpragment. Irgendein Kult könnte hilfreich sein. So, Leute, ich brauche einen Kontrollpunkt. Wir sollten besser weiter. Ah, hier kann man speichern. Na gut, dann gehen wir jetzt hier doch rein. So, okay. Ich hab zum Speicherpunkt. Haben wir eigentlich so einen Schlüssel eingesammelt? Ich glaube nicht. Nee. Nee, haben wir nicht. Ich hab mich. Ich hab mich. ません. Ich hab dich. Ich hab mich. Töne. Ich hab dich.